Gasalarm in Bad Griesbach. Am Sonntag kurz vor 19 Uhr ist in der Umgebung des Altenheims St. Elisabeth in Bad Griesbach Gasgeruch wahrgenommen worden. Die sofort herbei geeilte Feuerwehr von Bad Griesbach sperrte das Gelände weiträumig ab und machte sich auf die Suche nach dem möglichen Leck. Nachdem mehrere Gasverteilerschieber kontrolliert worden waren, konnte aber Entwarnung gegeben werden. Die Messgeräte zeigten nirgendwo einen Schaden an. So wurde der Einsatz nach einer Stunde abgebrochen.